Darf das Finanzamt meine Rente pfänden, wenn ich als Rentenempfänger im Ausland lebe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe einen Beratungsauftrag bekommen und der lautet wie folgt. Ich bin Deutscher und lebe seit vielen Jahren in einem großen Land in Südamerika. Seit 2015 beziehe ich aus Deutschland eine Rente von monatlich 533 Euro. Das Finanzamt aus Deutschland hat mich jetzt angeschrieben, ich muss seit 2015 rückwirkend auf meine Rente Steuern zahlen. Ich verstehe nicht, wieso ich auf diese kleine Rente Steuern zahlen muss, droht mir jetzt die Pfändung meiner Rente. Ja, es droht die Pfändung ihrer Rente. Deutsche, die dauerhaft ihren Wohnsitz in das nicht-europäische Ausland verlegt haben, unterliegen, wenn sie nichts dagegen tun, der sogenannten beschränkten Steuerpflicht in Deutschland. Das heißt, der Rentenempfänger muss ab dem ersten Euro seiner Rente Steuern auf diese Rente zahlen. Der Grundfreibetrag, der für uns alle Deutschen eigentlich gilt, wenn wir hier leben, wird in diesen Fällen für unseren Mandanten nicht angewandt. Weitere Vergünstigungen und Abzugsmöglichkeiten gelten auch nicht, wie zum Beispiel steuerliche Freibeträge, Steuervergünstigungen oder der Abzug von außergewöhnlichen Belastungen. All das kann unser Mandant hier nicht ansetzen. Das heißt also, unser Mandant muss auf die 533 Euro Rente ab dem ersten Euro Steuern zahlen. Und selbstverständlich, wenn er die Steuerforderung nicht begleichen will oder begleichen kann, darf das Finanzamt seine Rente pfänden. Natürlich muss das Finanzamt bei Rentenleistungen auch die Pfändungsfreigrenzen der Zivilprozessordnung beachten. Denn Rentenleistungen werden wie Arbeitseinkommen gepfändet. Im Jahr 2021 ist ein Nettoeinkommen von monatlich 1179,99 Euro Cent pfändungsfrei. Das Problem ist aber nur, dass das Finanzamt an sich von Amts wegen die Pfändungsfreigrenzen prüft. Aber da unser Mandant im Ausland lebt und er ja auch noch zusätzliches Einkommen im Ausland haben kann, muss er durch entsprechende geeignete Urkunden, behördliche Nachweise von Steuerbehörden aus dem Land, wo er jetzt wohnt, nachweisen, dass er nicht mehr als monatlich 1179 Euro Einkommen hat. Wenn er das nicht nachweist, wird das Finanzamt trotz des bestehenden Pfändungsfreibetrages erst einmal sein Konto, wenn er eins hier in Deutschland hat, wo die Rente drauf geht, pfänden. Oder, was auch geht, das Finanzamt würde in dem Fall, wenn er kein Konto in Deutschland hat, eine sogenannte Forderungspfändung machen bei der Deutschen Rentenversicherung. Das heißt also, das Finanzamt greift auf die Rente zu und untersagt der Deutschen Rentenversicherung eine monatliche Auszahlung. Und spätestens in dem Moment wissen Sie, hier stimmt etwas nicht. Und da müssen Sie handeln. Das heißt also, Sie müssen sofort Kontakt zu Ihrer Rentenversicherung aufnehmen, gegebenenfalls beim Finanzamt nachfragen in der Vollstreckungsabteilung, was hier eigentlich los ist. Und im Vorfeld kann ich Ihnen schon raten, wenn Sie ein Konto in Deutschland haben, wo die Rente drauf geht, richten Sie dort bitte sofort den Pfändungsschutz ein. Das heißt also, Sie werden aus Ihrem Girokonto ein pfändungsgeschütztes Konto machen, sodass das Finanzamt hier nicht auf Ihr laufendes Einkommen aus der Rente zugreifen kann. In solchen Fällen immer Steuerberater konsultieren oder einen Fachanwalt für Steuerrecht beauftragen, dass der, wenn Sie im Ausland leben, dann mit dem zuständigen Finanzamt sich sofort in Verbindung setzt und die Sache hier klärt. Wer der sogenannten beschränkten Steuerpflicht in Deutschland unterliegt, sollte darüber nachdenken, ob er nicht für das Besteuerungsverfahren in Deutschland, weil das wirklich für ihn sehr nachteilig ist, prüft, ob er nicht der unbeschränkten Steuerpflicht in Deutschland unterliegen könnte. Also hier einen entsprechenden Antrag stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.